Der Kreml will bei der Europawahl mitmischen. Einem Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes zufolge hat Russland mehr als 50.000 gefälschte Konten auf X benutzt und mehr als eine Million Tweets verschickt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und das alleine in Deutschland. Gegen einige rechtsextreme Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments wird wegen Beihilfe ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, Geld angenommen zu haben, um prorussische Ansichten über ein Propagandanetzwerk namens Voice of Europe zu verbreiten, das mutmaßlich von Moskau finanziert wurde und seinen Sitz in Prag hatte. Trotz Sanktionen und Ausweisung aus dem Land behielt die Website ihre Prager Adresse bei. Wussten Sie, dass Ihre Wohnadresse als Standort eines russischen Propagandanetzwerks genutzt wird? Die Website von Voice of Europe mag zwar stumm geschaltet worden sein, aber Aktivisten, die sich für die Demokratie stark machen, sind dennoch besorgt. Veronika Vyshova kämpft seit Jahren gegen die Desinformation des Kreml. Russische Propaganda versucht nicht irgendjemanden von irgendetwas wirklich zu überzeugen. Sie versucht nur, Chaos und Misstrauen zu schüren. Solange wir also nicht mit einem Narrativ aufwarten, das die Menschen wieder an die Demokratie glauben lässt, sind wir auf verlorenen Posten. Und wir verlieren gerade jetzt? Ich glaube, wir sind kurz davor. Vyshova veranschaulicht, wie sich die tschechischen Kandidaten gegenseitig vorwerfen, Kreml-Sympathien zu hegen, anstatt eigene Programme zu präsentieren. Im Grunde verbreiten alle Regierungsparteien bestenfalls eine Art von Manipulation. Desinformation über die EU-Politik kann nicht ausschließlich auf ausländische Einflüsse zurückgeführt werden. Vieles kommt von den europäischen Politikern selbst. So beschuldigt die ungarische Regierung die EU, junge Europäer zum Militär zu zwingen, um sie in die Ukraine zu schicken. Das Faktencheck-Team der DW hat diese Behauptung schnell widerlegt. Manfred Weber, Vorsitzender der größten Fraktion im Europäischen Parlament, hatte lediglich die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat Desinformationen aller Couleur zutage gefördert. Sogar die Covid-Verschwörungstheorien wurden wiederbelebt. Die Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien bildet einen Knotenpunkt für 52 Fact-Checking-Organisationen. Koordinator Tommaso Canetta hofft, dass sich Wählerinnen und Wähler proaktiv informieren werden. Man sollte einerseits eine gesunde Skepsis pflegen, andererseits aber auch nicht in das genaue Gegenteil verfallen, nichts und niemandem mehr zu vertrauen. Denn das ist das Ziel von Desinformation. Die Menschen sollen niemandem vertrauen und denken, dass Wahrheit und Falschheit absolut dasselbe sind. Canetta warnt auch davor, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Deepfakes zwar nicht so weit verbreitet ist wie befürchtet, aber solche Taktiken könnten immer noch in letzter Minute eingesetzt werden, was eine rechtzeitige Überprüfung sehr schwierig macht. Er fordert Wähler auf, wachsam zu bleiben. Die Europawahlen werden ein entscheidender Test dafür sein, wie viel Faktenchecker tun können, um die Integrität der Wahlen zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017